Ja, jetzt habe ich hier Jani Sehra, das ist der kommende Mann in der Liga, das sehe ich schon kommen. Was soll ich sagen? Hier, Jani Sehra haben wir! Und eins, wir haben eine Fan-Fundschaft hier gegen Dortmund. Es wird nichts gesagt, Jungs. Und ich will hier eins sagen, wir spielen ja 14 Tage, glaube ich, in Dortmund. Dann schicken sie uns halt die drei Punkte. Und dann kommen wir da unten raus. Alles klar, nur der Haas war in Dortmund. Hier kommt doch Jani, Jungs, das ist der kommende Mann bei Dortmund. Ich drücke ihm die Daumen. Ich drücke allen jungen Leuten die Daumen. Hau rein, Kapelle.